Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon-Guardians. Ja, wir sind noch auf Level 3, haben hier eigentlich auch noch ein bisschen was. Ein Lager zum Beispiel und ein Boss, vor dem wir gerade stehen, was interessant werden wird. Und dann müssen wir hier durch, soweit ich mich noch richtig erinnere, weil hier war nichts mehr. Hier war halt dieser tolle Runterfall-Bereich. Ist übrigens schön zu sehen, hier ist er in der Mitte oder recht mittig. Hier ist er hier irgendwo. Oh, das zu Level 3 haben wir noch gar nicht gelüftet. Das dürfte auch vielleicht hier irgendwo in dem Bereich sein. Aber ja, jetzt erstmal uns um den Boss kümmern, nämlich den Untoten-König. Hey, kannst du das Ding dort oben sehen? Es sieht aus wie Romuald. Er war wegen Mikromantieren gesperrt worden. Allerdings sah er gestern lebendiger aus als das da jetzt. Hm, scheinst du, als ob er sich in eine der Kreaturen verwandelt hat, die er immer mit seiner dunklen Magie beschworen hat? Könnte sein, wir bringen ihn tot oder lebendig zurück. Keine Ahnung, ob Untot sind, deshalb wähle ich tot. Okay, lass uns gehen. Okay, er ist schlecht gelaunt. Deswegen. Okay, er schwingt erstmal nur. Sollten wir da schön drauf achten. Neben sieht recht gut aus, deswegen erneuern wir das einfach mal. Bauen ihm weiter das Zeug um die Ohren. Fetzen unterbrechen wir mal lieber. Lakaim beschwören ist nicht so toll. Oh. Ja, Lakaim beschwören, das... ...ist richtig toll. Okay. Das sollten wir ihn nicht mehr machen lassen, wenn's geht. Noch sieht alles gut aus. Unterbricht das mal bitte. Das wurde nicht unterbrochen. Schade. So. Ist hier noch ein? Nö. Ich sollte mich mal dezent zurückfallen lassen. Genau aus diesem Grund nämlich. Oh. Hi. Jetzt hab ich nämlich die Tür im Weg. Und er kann mich nicht mehr... ...so direkt angreifen. Also seine Lakaien werden mit ihm aufs selbe Feld gestellt. Ah, das ist gut. Das heißt, wir konzentrieren uns auf ihn. Machen ein bisschen AOE noch dazu. Wollen wir uns mal... Oh, heiler down. Da war ich etwas zu langsam. Mal sehen, ob wir ihn trotzdem down kriegen. Mit einem dauernden Heiler. Könnte knapp werden. Nö. Also nochmal laden. Dann ziehen wir uns dieses Mal gleich zurück. Am besten. Wenn er da kommt. Ja, Text überspringen wir mal. Den kennen wir ja. So. Ein toter König. Komm. Zu Papa. Gut. Solange er alleine ist, können wir das normal machen. Also mit Single-Target-Fokus. Okay. Der da muss weg. So heilst du jetzt mal selber. Am besten noch so eine Heilung noch auf dich drauf. So, der Lakai, weil der... Agro auf sie hat. Okay, Heilung auf den Tank. Den Skelett-Lakai weg machen. Er beschwert gleich einen neuen. Das ist so schön. Dies kann nicht unterbrochen werden. Ja, gut. So. Skelett-Lakai ist weg. Du heilst dich mal selber. Nicht genug Mana ist nicht gut. Skelett-Lakai bitte weg machen. Dich bitte töten. Okay, er ist tot. Das heißt, jetzt musst du doch das Skelett-Lakai weg. Und weg ist er. Okay. Wirklichkeit, Windkraft, Rüstung. Erstmal den Goldschlüssel. Das ist eigentlich eh am ehesten was für dich. Ja. So, und ist der was für dich? Nein. Die Burst, die kannst du mal essen. Und du füllst mal deinen Mana wieder auf. Die Sachen kommen dann ins Lager. So. Gehen wir einmal den Bossraum ab. Wir sind wieder überladen. Ja. Der Kyras hier muss sehr viel wiegen. Und der hier wahrscheinlich auch. Ja, 12 Kilo. Und der Helm hier, ja. Der Helm geht gerade so. So. Boss ist weg. Das heißt, wir können das löschen. Wir können jetzt zu unserem Lager laufen. Wir können die Sachen droppen. Ich hätte aber gedacht, dass der Zettel hier hin muss. Aber leider scheint sich da nichts zu tun. Also ist es nicht die Stelle hier? Wahrscheinlich sind das hier auch nicht drei Legenden unbedingt. So, ich bin wieder normal schnell. Das heißt, mit dem Goldschüssel kriegen wir das hier auf. Das hier sieht verdächtig aus. Ich weiß nur, auf jeden Fall. Oh. Magier. Dummdi-Dum. Hi. Ja, sterb einfach. Können wir den gefallen? Level up. Unsere Heilerin. Das ist sehr gut. Okay. Okay. Sie. Mehr Aufmerksamkeit. Oder mehr Mana-Regeneration während des Kampfes. Teilt den Counter mit Demütigung und über meine Leiche. Haben wir sowas? Aber bei jedem Tick, bei zeitlichen Fähigkeiten eine kritische Chance. Eine gute Beharrlichkeit. Was ist Demütigung und über meine Leiche? Seelensaugen. Demütigung. Das ist Verhöhnen. Ja. Zerfleischen. Verhöhnen. Verwüsten. Stoßwelle. Naja, okay. Retter ist auf jeden Fall ein sehr guter Oh-Shit-Button. Den wir dann gleich können. Heilung und Neubuchs verbessern. Oder allgemein Mana-Regeneration. Oder allgemein die Aufmerksamkeit. Ich wäre erstmal für die Aufmerksamkeit. So. Können wir bei ihr eigentlich irgendwann mal Stärke oder so? Verbessern. Das wäre recht nice. Was ist die Mana-Kosten von Kreuzritterangriff? Was ist Kreuzritterangriff? Mein Kreuzritterangriff. Kreuzritterangriff ist hier drüben. Aber Kreuzrit... Ja, okay. Ist auch eine interessante Sache. Leben durch das Schwert. Egal. Schließen wir das mal. Sacken das... Essen hier ein. Soweit wir die Fässer gut gemacht haben. Ja, das ist jetzt wieder so die Sache. Das heißt, wir stapeln das Zeug am besten mal so. Da ich nicht glaube, dass es noch eine bessere Hast gibt und wir das wahrscheinlich ohnehin nicht so viel stacken. Alles heißt zum Beispiel Mana-Tränke. Und du siehst aus, als ob du aufstehen könntest. Ja, und das ist der Weg. Stehst du auf? Nein. So, noch mehr Brot, noch mehr Wein. Das ist zurück zum Eingang. Hey. Ja, jetzt sind wir wieder beim Eingang. Das heißt, hier haben wir unsere netten Bogenschützen. Die wir einfach fortprügeln können. Ohne dass sie sich wehren... Und nicht wehren können. So, da verschwenden wir auch nicht so viel Mana. Ja, wir könnten hier sicher runterspringen. Darauf habe ich aber allerdings so keine Lust. Äh, das da unten sieht eher nach Tod aus, als nach alles anderem. Lass mich an einen Quicksave erinnert. Ja. Einfach der Vollständigkeit halber decke ich mal hier alles auf. Jetzt können wir auch wieder nochmal zurücklaufen in die andere. Auf die andere Seite. Ach, hier war der Weg nach unten, also in Lebende 2. Das ist halt ein bisschen anders als in Legend of Grimwalk, wo man nach unten geht. Hier geht man nach oben. Was irgendwie Sinn macht, weil man will ja entkommen. So, alles aufgedeckt. Oh, das heißt, wir können erstmal hier weitergehen, weil hier scheint es ein bisschen nach oben zu gehen oder unten zu gehen. Werden wir ja dann sehen. Großer Raum mit Fratzen, okay. Ach, hier geht's hoch. Okay. Und wir haben Level 4 erreicht. Ha. Okay. Ah, Conduits. Oder Vertonkanonen, wie andere gerne sagen. Hier geht's hoch. Okay. jetzt wird es gleich wieder zugehen ja okay das macht da die tür auf und zu das macht hier auf und zu okay das war der knopf und ich nehme an der knopf macht hier auf ja das heißt wir müssen so drücken oder doch nicht ganz ausdauer parieren ausweichen rüstung